Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schuhplus Teleshop. Schön, dass Sie wieder da sind. Kathrin, schön, dass du auch wieder da bist. Und du hast ja wirklich eine absolute Premium-Marke heute mitgebracht, die wir bei Schuhplus haben, nämlich Josef Seibel. Absolut genial, diese Marke war uns unfassbar beliebt. Genau, also Josef Seibel haben wir schon sehr, sehr lange im Programm. Ganz einfach aus dem Grund, weil Seibel ganz hoch, qualitativ hochwertige, so rum, Schuhe produziert. Hier habe ich heute mal mitgebracht, eine schöne Pantolette, also eher für den Frühling geeignet, für den Frühling Sommer, aber da wird es dann auch richtig luftig. Und da darf es auch richtig luftig werden. Seibel hat natürlich unterschiedliche Schuharten, natürlich, ob das jetzt Halbschuhe zum Beispiel sind, ob das Sandalen sind, ob das Pantoletten sind. Und gehen dann natürlich auch einen ganz unterschiedlichen Stil, aber gerade bei Pantoletten kommt natürlich auch dort die ganz herausragende Josef Seibel-Qualität natürlich dann auch zum Tragen. Dieses Modell übrigens mit der Artikelnummer jetzt in Braun 20238 zum Preis von 94,16 Euro. Und auch da ist der Größenlauf sensationell von 46 bis 50. Und Katrin, Seibel, haben wir gesagt, weiß natürlich, jeder steht auch für supertolle Qualität. Und dieses Modell ist natürlich, das sagen uns unsere Kunden immer wieder, hast du vor der Sendung gerade kurz erwähnt, sind auch wirklich sehr zufrieden, weil die Passform auch immer stimmt. Die Passform hier ist sensationell. Also zum einen haben wir hier eine wunderbare Sohle, die sehr weich ist. Und nun ist es so, so einen Schuh kann ich natürlich gut und gerne mal den ganzen Tag tragen. Was passiert aber mit so einem Fuß tagsüber? Der wird ein bisschen dicker. Das passiert uns allen. Indiskutabel, das ist ganz normal. Und hier habe ich jetzt die wunderbare Möglichkeit, bei diesen Pantoletten einfach mal ein Loch größer zu stellen und bumms sind sie wieder passiv. Richtig schön. Und vor allen Dingen das Schöne bei diesem Modell, man sieht es jetzt auch gerade in der Kamera wirklich ganz toll, ist dann auch gleichzeitig diese markante Verarbeitung mit den Nähten. Das ist richtig schön verarbeitet, dass man auf der einen Seite sowohl das Robuste dann auch erkennt, aber auch gerade durch diese Nähte hier vorne, dieses Hochwertige, was ganz deutlich dann auch zum Ausdruck kommt. Da sieht man einfach, das ist auch Schuh-Haar-Qualität. Das ist nicht einfach nur ein Schuh, das ist ein Schuh mit Qualität. Das ist ganz deutlich diesem Modell anzusehen und vor allen Dingen auch, wenn man es haptisch in der Hand hält oder dann zwischendurch auch mal so ein bisschen in einem Riechen möchte, da merkt man dann auch, bevor er getragen wird, was für tolle Materialien hier zum Einsatz kommen. Und das ist natürlich auch gerade bei Leder wirklich immer wirklich sehr qualitativ herausragend. Genau, Rindsleder haben wir hier, ne? Richtig schönes Leder, muss man ganz ehrlich sagen. Der Glanz ist schön, die Verarbeitung ist schön. Pflege natürlich nach wie vor ist das A und O. Also ganz tolles Modell hier. Maverick, was wir haben, erinnert so ein bisschen an Top Gun. Hatten wir vor der Sendung schon irgendwie gesagt, take my breath away sozusagen. Und der Atem kann auch sowas von hinfort gehen sozusagen, atemlich, aber in dem Moment dann quasi die Wärme, die der Fuß ausstrahlt, denn hier hat man natürlich eine sehr, sehr luftige Atmosphäre, richtig schön. Und was macht man, wenn man keinen Bock mehr hat auf diese Farbe, auf Braun? Man wechselt ganz einfach, nämlich dann, zack Katrin, auf Grün. Und zwar mit der Artikelnummer dann 20239, ebenfalls zum Preis von 94,16 Euro in den Größen, 46, auch da bis 50. Aber auch dieses Modell, Katrin, ist wirklich, wirklich schön. Kann man auch ganz toll auch im Alltag kombinieren. Absolut. Also mit allem. Schön für den Garten auf jeden Fall oder auch für den Spaziergang geeignet. Man sieht hier so ein bisschen auch nochmal, wie flexibel die Sohle ist. Also da kann man sich wirklich den ganzen Tag drauf bewegen in jedem Outfit. Genau. Zur Weite können wir noch sagen, das ist eine bequeme Weite. Und wenn wir jetzt mal, vielleicht das nochmal einmal in der Großaufnahme gleich sehen, da sieht man auch wirklich was ganz Besonderes. Man sieht nämlich, wenn man jetzt das Fußbett hat, dass man nämlich hier vorne schon wirklich so eine Einmuldung hat. Das kann man jetzt hier, ich dachte mal ganz kurz, Katrin, hier kann man das natürlich da sehr schön sehen. Also dass wir wirklich ein ganz tolles, eingearbeitetes Fußbett hier haben, wo man auch wirklich sieht, ja, da hat dann auch der Ballen auch wirklich echt nicht nur Platz, sondern auch durch die Kanten hier vorne hat man auch wirklich eine sehr schöne, auch stabile Fixierung. Weil mit einer Plattensohle komme ich hier ja nicht wirklich weiter. Da würde mir ja von hinten der Hall fehlen. Somit ist das sehr schön verarbeitet, dass man hier auch wirklich toll drin laufen kann, ohne dass man da rausflippt. Das wäre ja relativ gesehen unschön. Genau, es ist sowieso so, also so ganz platte Sohlen sind ja sowieso nicht ideal für den Fuß. Also wenn da so gar keine ergonomische Form ist. Also hier mit, meine Herren, sind Sie schon wunderbar beraten. Richtig schöne Modelle von Josef Seibel. Das ist natürlich bei weitem nicht das Einzige, was wir haben. Wir haben sehr viele Pantoletten, aber auch viele andere Modelle, die gerade sehr luftige Halbschuhe, die für den Sommer, für den frühen Sommer bestens geeignet sind. Da schlage ich doch einfach mal vor, bei uns auf unsere Webseite zu schauen, auf schuhplus.com unter Marken und dann Josef Seibel und wie ich das dann auch immer sage, anschnallen, weil die Vielfalt ist sowas von gigantisch. Kathrin, vielen Dank. Sehr, sehr schöne Modelle. Und wir können natürlich jetzt nur noch sagen, zugreifen und zupacken, solange wir diese richtigen Bestseller haben. Denn erfahrungsgemäß sind die dann noch immer sehr, sehr schnell weg, egal in welcher Farbe. So, das soll es von uns gewesen sein. Wir wünschen allen einen wunderschönen Tag, sagen danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.